Der Geschmack von intensivem Tabak gepaart mit langanhaltenden Teerablagerungen in den Atemwegen. Zigarette, die passt zu mir. Suchst du neue Herausforderungen? Auch gerne gegen den Strich? Glu-Rock gegen Two-Talk. Kannst du schon lesen und schreiben? Hier hat soeben ein unregistriertes Glu-Rock den Besitzer gewechselt. Fällt es dir leicht, Kontakt zu neuen Leuten zu knüpfen? Hallo! Hi! Bist du vegan? Na Leute, wird heute für eine bessere Zukunft demonstriert? Ja! Hilf uns, Bedrohungslagen zu erkennen, bevor es zu spät ist. Die Biene ist gelandet. Polizei, Hände hoch und keine Paxen! Bist du auch ein Kind? Dann werde jetzt V-Kind beim Verfassungsschutz. Ich habe Angst, dass die deutsche Gaspreisbremse den Wettbewerb in der EU verzehrt. Stell dir mal vor, wir könnten die deutsche Gaspreisbremse einbuddeln. Und dann kommt ein riesengroßer Gaspreisbremsenbaum mit Bremsen für alle. Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Das weiß du, mach ihm das froh und er wachs mir ebenso.